Hi, insgesamt fühle ich mich sehr, sehr müde, sehr, sehr müde und vieler, vieler Kopfschmerz. Heute ist der 26. Dezember 2022. Ich bin in der Nähe von der Universität. Na, ich habe heute nicht gelernt. Ich plane mich jetzt in die Miss-U zu gehen. Ich habe gerade mich erinnert, dass meine zukünftige Leistungspunkteanzahl ist heute. Dann warte ich auf die Messe. Bis gleich. Will ich ein Foto? Ich habe ein Foto, das ist 27. 20-77. Das ist ein Foto, das ist ein Foto. . Das ist das, okay. Ok, das ist es. Dann haben wir einen weiteren Foto. Und das haben wir einen Foto? Wir haben ein Foto, Cola, Sie müssen etwas dazu nehmen. Danke. Schrauben Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute.